Hallo Leute, hallo, siehst du doch Loran Hier geht mal der, es geht mal der, es war gut Wir kommen halt Zeit bei Fein-Fantasy-Siebe Mach mal... Ei, weiter, wo muss ich eigentlich überhaupt gehen Es ist eine Unterbrecher, wenn es wieder gut geht Ah, wow... Es ist ja schon wieder ein paar Sachen Und das kommt dann los in Falten Das ist ein, ich kenne eine Focke Lauf Das ist eben nicht, ich kenne eine Focke Lauf Das ist ein, es ist ein Focke Lauf Das ist kein Krankenhaus, oder? Versuch so, wir werden nicht verärztet. Ihr wurde modifiziert. Oder sehnt es mit? Heilige Scheiße. Ja. Hey, was soll das? Hey, hey, hey. Der kocht ab wieder. Wollt wohl nicht Spielzeug genannt werden. Tolle Konzentration. Der geht aus Haus. Der geht aus. Oh mein Gott. Oh Ja, das ist so. Okay. Oh, no, y'all. Yes. Von einem Fahrstuhl ist nichts zu sehen. Lasst uns den anderen Bescheid sagen. Mhm. Mhm. Was? Oh, was ist das? Um die Tür zu öffnen, müssen wir zurück zum zentralen Kontrollterminer. Zurück können wir nicht. Was jetzt? Wir müssen eine Verbindung schaffen. Das war mal richtig, ich brauche. Mhm. 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 Ja, da sehe ich nachhaltig. Da drüben ist ein Funkgerät. Lasst uns die Mädels fragen, ob sie zum Kontrollterminal kommen. Hey, alles okay? Ich bin bereit. Verdammt! Verdammt! Red! Jetzt müssen wir schnell machen! Nein! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Red ist nach unten gestürzt. Kommt ihr vielleicht zu ihm durch? Der Ärmste! Schnell zu ihm! Was? Ah, komm nur los! Ah, komm nur los! Die! Ich bin bereit! Ich bin an deiner Seite. Ich bin an der Seite. Ich bin an deiner 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 Seite. Wir haben unsere Rolle anscheinend noch nicht völlig erfüllt. Ich kann diesen Hujo echt nicht ausstehen. Es ist nur noch Sektion 4 übrig. Die anderen schaffen das schon. Ich bin an deiner Seite. 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 oh und 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 ich bin bereit und und du Ich bin jetzt ein Wettbewerb, das ist ein Wettbewerb. Ich zähle auf dich! 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 Ich muss mini da sein! Ich zähle darauf an! Ja, ich bin dran! Dieser her! Weil du zweites dich in meiner Seite! Hey! 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 Ich halte nicht mehr in der Geduld! Hey! 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 Hilfe! Hm. Ist da jemand? Jaaa... ...wennst du noch mal... Hey! Hey! Hilfe! Ich halte nicht mehr lange durch! Hilfe! Hilfe! Sieh an, wen haben wir denn hier? Bitte! Ich halte! Lass nicht mehr aus! Ich gebe euch, was ihr wollt! Alter! Denk nicht, dass du dich freikaufen kannst! Hilfe! Hä? Äh... Äh... Hm... Äh... 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 Helft mir! Ich erfülle euch alle Wünsche! Das ist gar nicht mal so kompliziert. Wenn du abkratzt, sind 90% meiner Probleme schon gelöst. Reden wir, lieber über die restlichen 10%. Hört euch den an. Hängt am Abgrund und will noch verhandeln. Barrett, tu es nicht! Du lässt es in ganz Midgar übertragen. Zuerst wirst du höchstpersönlich die Sache mit Sektor 7 aufklären. Und danach wäschst du verdammt nochmal unseren Namen rein. Avalanche hat keinen Krieg im Sinn. Alles, was wir tun, tun wir für die Menschen. Und um das Leben des Planeten zu retten. Das und nicht mehr! Sagt den Leuten, dass ihr eure Fehler einseht. Hast du kapiert? Verstehe. Ihr sorgt euch um euren Ruf. Hm. In der Tat nicht ganz unwichtig. Vielleicht sogar wichtiger als zerstörte Reaktoren und die Zukunft des Planeten. Hä? Du Drix! Ihr seid ja so naiv. Wahrheit. Freiheit. Ansehen. Recht haben. Jämmerlich selbstbezogen. Und erst. Die Idee einer Welt ohne Shinra. Die Vision einer Welt ohne Mako. Was wäre dann noch übrig? Glaubt ihr, die Leute würden ein komfortloses Leben begrüßen? Nur um einer wagen und weit entfernten Bedrohung zu entgehen? Es hat euch sicher Spaß gemacht, die Helden zu spielen. Doch, das ist vorbei. Ich gebe dir eine letzte Chance, zu erkennen, was Gerechtigkeit wirklich ist. Aber beeil dich. Du hast nicht viel Zeit. Verrate es mir. Was ist für dich Gerechtigkeit? Idiot! Was interessieren mich haltlose Wunschvorstellungen? Wichtig ist einzig, was sich umsetzen lässt. Man muss seine Chancen erkennen. Und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Und dabei darf man nie auch nur mit der Wimper zucken. Und dabei darf man nicht nur mit der Wimper zucken. Verrate! 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 Was ist das? Das ist der Ursprung von allem. Wo sind wir hier? Lasst euch nicht täuschen. Nein. 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 Das kann man nicht. Das kann eben nicht! Das war's für heute. Come on. 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 ... ... ... ... ... ... Ich bin bereit. 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 Ich bin bereit.